Zu meiner Rechten der Hauptdarsteller der Serie Bounty Lore, J.K. Hill, höchstpersönlich, Rick Dalton. Und links ist Rick's Stuntdouble, Cliff Booth. Also Rick, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein Stuntdouble da ist. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff? Ihm Erleichterung verschaffen? Ja, das kommt ungefähr hin. Meine Hände sind registrierte Waffen. Kämpfen wir gegeneinander und ich töte dich aus Versehen. Gehe ich in den Knast? Jeder, der jemanden aus Versehen tötet, geht in den Knast. Das nennt man Totschlag. Das war die beste Schauspielleistung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen hab. Danke. Ich brille an der Sau.